und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends ich wollte das jetzt irgendwie anders ankündigen aber ich bin einfach zu fest gewahren in diesem Thema ja wir spielen heute mit Eveline ähm Merkmale von Evelyn sind sie kann sich unsichtbar machen wenn sie ein Jahr Gegner als bisher an einen Gegner vorbeikommt und sie ist sehr ähm Agile glaube ich könnte ich bezeichnen da sie ihren movement speed mit weh noch hat ähm und ihre Brüste fallen ja fast heraus ist auch einfach sehr großer Vorteil gegenüber Gegnern vor allem gegen männlichen Gegnern oh mein Gott ey League of Legends hat sich echt also ganz ehrlich der Typ der dahinter saß entweder hat er selbst keine Freundin gehabt oder hat einfach gewusst dass man damit die ganzen äh oder hat einfach diesen Kühler Faktor ausnutzen wollen Hate Spike klingt irgendwie cool im englischen so wir sind jetzt Eveline da ist ein Schogat neben uns und wir hoffen jetzt einfach mal dass er uns hilft hier der Schogat der Schogat der Schogat der Schogat der Schogat ist der besoffen der Schogat geht doch so 30 Sekunden bis die Minions spawnen dann Nacht ist meine Zeit so da da ich bin die kleine Eveline Eveline da 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 mal schauen wie die tanzt oh 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 stay night stay night oh 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 stay night oh 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 Minions haben aus der Schogat aus der Schogat aus der Schogat so dann warten wir mal die 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 also die der ich habe es einfach gemacht dann schlug ich mal schnell zwei tränke effem give me the two please soo go 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 dann gehe ich mal weg hier weil sie viele sind ich bin ich unsichtbar das ist sehr gut dann kann ich mich erkenne ich nur aufspüren so genau kann ich in aller ruhe warten dass mein leben wieder voll ist durch den trank und dann warte ich noch auf den smite und go klasse die böser aus ja wie ihr seht es ist sehr anfällig auch in der nacht ja auch in der nacht so so moment schaff ich das aber auch nur durch diese attacke habe ich es auch geschafft so dann gehen wir gleich bevor ich wirklich noch sterbe ich habe irgendeine minion blubber ist auch gleich weg und ich gehe mit evelyn auf das angriffs item auf das mann item gehe ich ja mit evan stimmt da war ja was ein wenn das ja abheben hat jetzt beinahe übersehen ich würde jetzt noch mal drängen dort und dann geht es die mutter sind ihr seht schon also können wir unterschauen 437 und jetzt immer wieder auf 340 es geht recht schnell ist halt nur alle zehn sekunden verfügbar oder so später sogar noch später da ist der sinne wo ich mir gleich mal sollte ich sehr easy jetzt bekommen weil mich ja auch das ding gar nicht aufspüren kann blöd zu worden bei evan schade ich dachte nicht dass der schug jetzt so extrem gerade reingeht wir haben ein kill gerassiert mit evan das ist schon mal ganz cool auch wenn schon gestorben ist dass er wieder nicht so cool ich tue mal das ding hier ganz schnell verschwinden lassen gibt auch noch mal bonus gold warum sollte ich es verschmähen und dann gehen wir hier mal zu sehen haben so und weiter geht es da ist wir sind schon wieder habe ich kann auch hoch ich will doch wenn du schlägst wieder da und dann kommt ich will ich will die und die jetzt kann aber auch nichts drunter unten und der nächste hat sich dazu kriegt er kriegt uns doch da ist youtube mein wort habe ich gesetzt darum das heißt der schuhkarte erst mal ging unmöglich hoffe ich zumindest dass er das kraft so gehen natürlich ein bisschen mal stellen falsches item ich würde mir 460 da war ich noch ganz kurz oder ich brauche schnell dran so verkaufen und dann hole ich mir das da ein maß die messe fried und holen uns den blubuff blumen so So, Movementspeed aber ganz kurz, sind wir bei 437 und jetzt geht's los. So, das ist gar kein Problem. Äh, rafft er eigentlich, dass er da an der Kill wird oder ist der blöd? Das wäre nicht der Letzte zu sein, der Typ. Das war selten dämlich, fein, da ich, da ich hier gewordet war. Warum wurdet man, wenn man es ihn trotzdem nicht rafft? Ja, das kann ich vergessen, gegen drunter habe ich keine Chance alleine. Nein, into the night. So, das läuft nicht so gut momentan. Warum gehen wir in der Jungle? He stay in ward and you push. Are you three years old or what? From the darkness. Aber ganz ehrlich, ich habe gesehen, der Typ stand, der stand nicht nur kurz im Ward drin. Also, wie kann man so blöd, kann man nicht sein. Ich brauche noch eine Rechtfertigung machen, dass ich da jetzt irgendwie, ähm, Fehler begangen hätte. Da kriege ich nur den Penis zu sehen. So, holen wir uns hier kurz den Red Buff noch. Brauchen wir uns gar nicht mit Evelyn, aber das Geld ist sehr wichtig, ne? So. So. Klug mal zwei Heildringen und gehen mal runter auf die Bots. Ich bin auf höchsten Zeit, die ich gerade sehe. Ich frage mich, warum alle gucken mal halt, äh, 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 ich spiele momentan. Ich krieg sie nicht so doll an. Ich trage mich auf den Penis zu sehen. Ich brauche mich auf den Penis zu sehen. So, jetzt nicht runter. so macht man das ja ich habe zwar gepinkt dass ich runterkomme man sollte trotzdem die map wischen beobachten und nicht einfach wagen ist weil der jungler pinkt ich komme runter reingehen das ist nämlich auch ziemlich dämlich dazu ich habe drei es ist das ist ganz gut um die topf ist schon wieder da habe ich wenigstens den feindlichen jungler kurz vertrieben da oben aus der schugkraft ist aber auch nicht dass er einfach nur sein sein hochschlagen nutzen muss und solche feinde wir sind ganz gut die zukunft kommt aber okay ich frage mich warum ich so viel bonus gold wir sind noch kurz auf mich warten Uuuhuhuhuuhu Diana freut sich, dass ich sie noch bekommen habe. Das ist mein Teamplay. Umgeht da Jungler. Nicht verarschen. Ich hab grad einen Till gemacht. Ah, ich wien über die Leute. Hey, Fokus. Hey, Fokus in me, I cannot attack. Herr Sugar, der ist echt ein Held, wie der von Weizen ist, aber der sollte, wenn ich gleich durch die PC greife. Dafür, dass man überhaupt nicht einmal richtig Back war, mache ich eigentlich einen ganz guten Job. Ich habe mein Jungler-Item, das war's. Wenn man mitkommt, helfe ich ihm, sonst wird das nichts. Kann er mich sehen? Ach, das ist ne Sinn. Der kann mich sehen. Scheiße. Stimmt, der hat ja den Wahrnehmungssinn, der kann mich ja trotzdem sehen. Der hat ja die Fähigkeit, alle unsichtbaren Einheiten aufzudecken. Zeit, um zu füllen. So, der Sugar hat eh kein Problem damit. Der scheint eh ein Problem damit zu haben. Der Fisk da unten macht gerade Stress. So begebe ich mich doch einmal zu ihm. Okay. Ja, mehr kann ich es gerade gar nicht tun hier auf der Mitte. Unten geht es mega ab. Ich kann mich aber nicht rechtzeitig runter. Nee, ich schaffe es nicht. Ich kann es vergessen. So, mein Ward ist tot. Oben haben sie noch etwas hingekriegt, das ist ganz nice. Diana kommt. Boah, was machen die da unten eigentlich für Mist? Der Lucky Sky Error. Ich bin weg. So, ich geh' dann mal weg. Ich hab' jetzt ein Movement Speed von 12 Movement Speed for 3 seconds. Was hol' ich mir denn mit ihr? Das Ability Power Health Item empfohlen. Hört sich gut an. Äh, Caitlin ist sowieso... Äh, Caitlin. Ups, wollte ich gar nicht. Sie ist sowieso recht schwach auf der Brust. Da hört sich das eigentlich ganz okay an. Und einmal Schuhe bräuchte ich noch. Da teile ich mich für sehr wichtig.